Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Blue Velvet von David Lynch. Dieser Film kam 1986 in die Kinos und heute ist er ein Klassiker. Ein Klassiker jedoch nicht in dem Sinne, dass wir ihn betrachten können wie eine schöne Antiquität. Noch immer geht von Blue Velvet eine unbändige Kraft aus. Es ist ein großartiger Film, der zeitlos ist und zeitlos bleiben wird. David Lynch gilt, nicht zuletzt wegen seiner persönlichen Exzentrik und seinen esoterischen Anwandlungen, als ein Regisseur, der seine Zuschauer verwirren will, der uns in mystische Welten abgleiten lässt, der Chaos stiftet und darin sollen wir uns verirren. In seiner quasi Autobiografie Traumwelten, da sagt er auch, die Zuschauer sollen einen Film erleben und gar nicht so viel denken. Und was dann über Blue Velvet gesagt wird, das ist dann auch relativ trivial. Es geht um Handwerkliches, wie man das eine oder andere gelöst hat. Es geht um Klatsch und Tratsch, dann ein bisschen Geniekult. Mehr aber nicht. Und sonst soll das große Rätselhafte im Vordergrund stehen. Ja, diesen Film, wer will ihn schon so genau ergründen. Doch was, wenn das Gegenteil wahr ist? Blue Velvet ist gar nicht verworren. Es ist ein sehr geradliniger Filmnoir, dem als Grundlage Sigmund Freuds Theorien dienen. Blue Velvet ist nicht insofern mysteriös, als wir den Film nicht entschlüsseln können. Das können wir sehr wohl. Das Mysteriöse steckt vielmehr in uns selbst. Das Mysteriöse, das wir da sehen, das ist das Mysteriöse unseres Begehrens, unserer Sexualität. Und damit konfrontiert uns David Lynch. Kommen wir zu der Handlung. Das Ganze beginnt mit einem Blick auf eine Kleinstadt, Lamberton. Aber es ist so ein hyperidyllischer Blick. Da winkt der Feuerwehrmann, die Vögel zwitschern, die Bienchen summen. Und dann ist dort ein Mann im Garten, der erleidet beim Gießen eine Wirbelkörperfraktur. Und sein Sohn Jeffrey, inzwischen schon ein Student, der kommt zurück. Er muss jetzt zu Hause die Rolle des Vaters übernehmen. Aber kann er das überhaupt? Er findet dann auf dem Rückweg vom Krankenhaus, wo er den Vater besucht hat, ein abgetrenntes Ohr. Er fragt sich, was er damit tun soll. Und er geht damit zum Detective. Und der Detective nimmt das Ganze an, nimmt die Ermittlungen auf, aber er sagt, na, er will ihn jetzt auch nicht da länger mit belästigen und möchte ihn da nicht zu sehr involvieren. Er kümmert sich da um alles. Also er wird jetzt abgelehnt als Autorität, dieser Jeffrey. Er verlässt das Haus und trifft dann auf eine Frau. Es ist die Tochter des Detektives. Und eine Romanze könnte nun beginnen. Aber Jeffrey ist nicht nur von Sandy, von dieser Tochter angezogen, sondern auch von dem Kriminalfall, der hinter diesem abgetrennten Ohr steckt. Und er begehrt eben nicht nur Sandy, sondern noch etwas, ein Abenteuer. Er lässt sich ein auf das kriminelle Milieu in dieser Kleinstadt. Und wir merken, jedes Idyll ist ja auch von Gewalt, von Macht durchzogen. Auch dieses, was wir da am Anfang so schön sauber geputzt gesehen haben. Jede Ordnung beruht auf Gewalt, auch wenn wir das oft nicht sehen. Eine zweite Frau erscheint dann. Es ist Dorsey, die nicht zufällig so heißt wie die Figur aus der Zauberer von Oz. Denn auch diese Dorsey macht eine Gegenwelt auf. Ein Kansas, aber es ist eine Gegenwelt in der Welt, die sich da auftut. Sie ist eine Nachtclub-Sängerin und sie ist, wie es sich für einen Filmnoir gehört, die femme fatale. Klar, Jeffrey verfällt Dorsey. Er schleicht sich in ihr Apartment. Seine privaten Ermittlungen beginnen. Er versteckt sich im Schrank, wird aber dort von ihr ertappt und sie verführt ihn dann. Aber dann muss er sich schnell wieder zurück verstecken in den Schrank, denn da taucht noch ein Mann auf. Und dieser Mann ist dann ein ganz anderer als Jeffrey. Es ist der etwas unbeholfen, unschuldig ist. Aber ist er wirklich so anders? Naja, jedenfalls tritt auf da Frank Booth, gespielt von Dennis Hopper. Und wir erleben dann eine sehr eigenartige Vergewaltigungsszene. Wir sehen diesen pseudopotenten Mann, der Dorsey anbrüllt, der von ihr verlangt, dass sie die Beine spreizt. Dann schlägt er sie. Dann vergewaltigt er sie. Er ist außer sich. Er ist cholerisch. Und zugleich ist er auch wieder ganz unterwürfig bei all der Dominanz. Und er identifiziert sich mit einem kleinen Kind. Dann identifiziert er sich wieder als der große Herrscher. Worum geht es hier eigentlich? Um das, nämlich was Freud psychische Impotenz nennt. In seinem Aufsatz über die allgemeine Erniedrigung des Liebeslebens schreibt Freud von der Unfähigkeit mancher Männer zum Geschlechtsakt, obwohl biologisch alles funktioniert. Aber es gibt da eine psychische Schranke, die verhindert, dass sie eben die Frau wirklich begehren können, dass sie mit ihr schlafen können. Irgendetwas schreckt sie ab. Diese Männer, schreibt Freud, Zitat, müssten den Respekt vor dem Weibe überwinden. Zitat Ende. Was ist damit gemeint? Selbstverständlich nicht, dass Männer Frauen respektlos behandeln sollen. Nein, was Freud hier sagt, ist, viele Männer identifizieren die Frau zugleich mit der eigenen Mutter, mit der Schwester. Und sie können nicht ertragen, dass natürlich ihre Mutter, ihre Schwester und so weiter auch sexuelle Wesen sind. Und aus dieser merkwürdigen Ambivalenz, die sie empfinden, wenn sie der Frau begegnen, dann erleben sie eben diese psychische Impotenz. Und diese ist dann für sie auf der einen Weise in schlechter Weise zu überwinden, indem sie die Möglichkeit darin sehen, indem sie die Frau, mit der sie schlafen wollen, erniedrigen, dass sie dann mit ihr schlafen können. Oder eben sie müssten das anerkennen, was Freud sagt, eben, dass alle Frauen sexuelle Wesen sind, also auch die Mutter, auch die eigene Schwester. Wir haben bei Jeffrey ein ganz ähnliches Problem. Freud beschreibt das sehr schön, dass viele Männer deswegen mit gesitteten Frauen nicht so gut schlafen können, wie mit Frauen niedrigeren Standes, weil sie eben in diesen gesitteten Frauen eben auch die Mutter, die Schwester viel eher erkennen. Und Sandy hat ja auch so etwas Engelsgleiches, so etwas Anständiges, Gesittetes. Dorsey, da ist es einfacher, könnte man meinen, weil sie eine Nachtclub-Sängerin ist. Sie kommt eh aus so einem, ja, Rotlicht-Milieu. Aber Jeffrey hat schon vorher erfahren, dass Dorsey auch eine Mutter ist. Also da ist wieder der Bezug zu der eigenen Mutter da. Und so erleben wir dann, dass Frank Dorsey erniedrigt, damit er überhaupt in der Lage ist, seine psychische Impotenz in irgendeiner Weise zu überwinden. Und das sehen wir dann, gelingt ja auch nur ganz rudimentär, ganz krampfhaft. Jeffrey währenddessen ist zwischen zwei Fantasien hin- und hergerissen. Da ist einmal die klar erkennbare Fantasie Dorsey. Das ist auch so klar erkennbar durch diese Perücke, die sie trägt. Und wir sehen sie dann auch mal ohne Perücke. Aber auch Sandy sollten wir als eine Männer-Fantasie begreifen. Denn wie tritt Sandy zum ersten Mal in Erscheinung? Jeffrey steht draußen, es ist komplett dunkel. Und aus dieser Dunkelheit tritt Sandy hervor. Aus einem Nicht-Raum, aus einem Nichts. Man kann sagen, aus Jeffreys Fantasie selbst. Und dazu kommt eine Musik, die ein bisschen an Vertigo von Hitchcock erinnert. Und auch diese Szene erinnert ein bisschen daran, als Kim Nowak sich wieder in Madeleine verwandelt hat, Judy wieder in Madeleine verwandelt hat und sie dann wieder komplett hergestellt als Fantasie von Scotty auftritt. Und deswegen können wir fragen, ist nicht vielleicht Sandy die viel geheimnisvollere? Wir können diesen Film als einfachen Krimi lesen. Ein Gangster muss zur Strecke gebracht werden, eine Frau befreit werden, damit sie zu ihrem entführten Kind zurück kann. Ein einfacher junger Mann wächst über sich hinaus. Aber das wäre ein bisschen banal. Zugleich haben wir hier noch einen anderen Aspekt. Wir haben hier eine Verschiebung hin zur Reifeprüfung. Lynch nutzt dieses bekannte Narrativ, also dieses Krimi-Narrativ, aber nur auf der symbolischen Ebene, um damit Vorgänge der Sexualität und des Begehrens zu zeigen. Was wir hier sehen, ist das, was in Jeffreys Psyche vor sich geht. Er sucht, wie sagen wir Tom Cruise in Eisweit Schatten, nur auf andere Weise, was er wirklich begehrt. Konfrontiert wird er dabei mit der Monstrosität seiner eigenen Sexualität. Frank wird Jeffrey küssen. Wie Frank wird Jeffrey Doris sie schlagen. Wie Frank fürchtet er sich und fühlt sich angezogen von Doris sie. Ja, man kann sagen, Jeffrey ist auch Frank. Als Doris sie die Beine spreizt für Frank, da jammert er wie ein kleines Kind und er fleht nach seiner Mami. Erst als er dann eben Doris sie erniedrigt, kann er wieder aktiv werden. Was löst dieser Blick da in ihm aus? Denken wir daran, was an der Wand neben dem Bett von Jeffrey hängt. Es ist eine Vagina dentata, eine bezahnte Vagina. Und das ist das Symbol für die Kastrationsangst. Und mit dieser Kastrationsangst geht ein Fetischismus einher. Sprechen wir also über den Fetisch, sprechen wir über den blauen Samt. Lynch bezieht sich hier wieder direkt auf Freud, und zwar auf Freuds Aufsatz Fetischismus. Was ist dieser Fetischismus? Freud sagt, dieser Fetischismus ist ein Phallusersatz. Das Kind erblickt im Schoß der Mutter, dass der Mutter vermeintlich etwas fehlt. Freud schreibt dazu folgendes. Um es klarer zu sagen, der Fetisch ist der Ersatz für den Phallus des Weibes, der Mutter, an den das Knäblein geklaubt hat und auf den es, wir wissen warum, nicht verzichten will. Der Hergang war also der, dass der Knabe sich geweigert hat, die Tatsache seiner Wahrnehmung, dass das Weib keinen Penis besitzt, zur Kenntnis zu nehmen. Nein, das kann nicht wahr sein. Denn wenn das Weib kastriert ist, ist sein eigener Penisbesitz bedroht und dagegen sträubt sich das Stück Narzissmus, mit dem die Natur vorsorglich gerade dieses Organ ausgesetzt hat. Frank ist genau dieses Kind noch immer. Er blickt in den Schoß von Dorsey und er kann dort keinen Phallus sehen. Im weiteren Verlauf der Vergewaltigungsszene steckt Frank deshalb Dorsey und auch sich selbst ein Stück Samt in den Mund, das die Form eines Phallus hat. Das Gleiche sehen wir dann nochmal, dass später im Film einem Mann ein Stück Samt aus dem Mund hängt. Also wir haben da noch eine homoerotische Beziehung, weil wir auch da eben so ein Phallus-Symbol finden können. Nur so kann Frank seine Kastrationsangst, also die Angst, ihm da unten könnte auch bald etwas fehlen, überwinden und er kann so sexuell aktiv werden. Natürlich auf Kosten der Frau, er vergewaltigt sie. Jeffrey wird durch das Auftreten Franks mit seinen eigenen Kastrationsängsten konfrontiert. Nicht umsonst hat er eben diese Vagina Dentata am Bett hängen. Er wird auch dann vom Blue Velvet, also nicht nur von Dorsey, sondern auch von diesem Samt angezogen. Also einen Fetisch, den er bei Sandy nicht finden kann. Zudem weiß Jeffrey sehr gut, das Ohr, das Abgetrennte, das er da auf einer Wiese findet, zu deuten. Es ist auch ein Symbol für die Kastration und er fragt sich, was, wenn dieses Ohr mein Penis wäre? Und warum ist es ausgerechnet das Ohr? Lynch sagte, er wollte etwas haben, dass er mit der Kamera hineinfahren kann. Aber denken wir auch daran, dass die Sprache, das Sprechen, der Träger ist des Begehrens. Die Psychoanalyse lässt Patienten sprechen. Nur so können sie ihren Trieben, ihren Perversionen, ihre Neigungen, ihren Neurosen, ihren Fetischen auf den Grund gehen. Die Sprache ist ganz entscheidend, um das Begehren zu artikulieren. Es ist eigentlich die einzige Form. Und so ein Träger von Begehren ist diese Sprache. Und wir sehen dann auch, wie sie aus Frank diese Sprache ganz impulsiv herausplatzt. Fuck, fucker, fuck. Er ist quasi da jemand, der überhaupt nicht Herr ist über diese unbändige sexuelle Kraft in ihm. Es ist also ein innerer Prozess, den wir immer wieder hier in diesem Film sehen, der nach außen gekehrt ist. Jeffrey wacht ja auch immer wieder aus Träumen auf. Und diese Traumfetzen, die er da träumt und die wir dann auch sehen, sind eben genau diese Sachen, die er vorher erlebt hat, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, weder in der Realität noch im Traum kann Jeffrey seinen Träumen entkommen. Blue Velvet ist damit auch ein verspäteter, ich habe es mit der Reifeprüfung schon angedeutet, Coming-of-Age-Film. Jeffrey ist eigentlich schon Student, er ist eigentlich schon zum Mann gereift, aber er hat ein Problem mit dem Vater. Ja, nicht nur mit einem, eigentlich mit drei Vätern. Da ist einmal der leibliche Vater. Er erleidet eben diesen Unfall und man sieht dann auch sehr schön diese Peinlichkeit, die in dieser Vaterfigur liegt, wenn sie plötzlich geschwächt am Boden liegt. Er hat einen Gartenschlauch in der Hand, aber auf Schritthöhe und man sieht dann, wie der Vater quasi uriniert. Das ist in der Traumdeutung von Freud eine wichtige Passage. Da geht es darum, dass ein Kind vom Vater ermahnt wird, ausgeschimpft wird, weil es wieder ins Bett gemacht hat und das Kind träumt dann, um sich sozusagen von der Autorität des Vaters zu befreien, wie der Vater nachts im Zimmer steht und plötzlich anfangen muss zu urinieren und das Wasser nicht halten kann und damit ist die Autorität des Vaters geschwächt. Das fängt Lynch hier noch einmal ein. Der Vater verliert aber auch auf andere Weise seine Autorität. Er hat nämlich keine Stimme mehr. Er kann nicht mit seinem Sohn kommunizieren und damit ist auch sozusagen die herrschende Ordnung geschwächt. Das Gesetz muss auch ausgesprochen werden, das Gesetz des Vaters und das kann hier nicht mehr erklingen. Was tut Jeffrey? Er ist jetzt nicht frei. Nein, er sucht sich eine neue Vaterfigur. Der zweite Vater erscheint. Es ist Sandys Vater. Es ist Detective Williams. Aber mit diesem Detective, naja, das ist wohl nicht der rechte Vater. Er ist eigentlich auch nur ein gewöhnlicher Mann wie Jeffreys Vater. Zwar imitiert er ein bisschen Detektivposen aus dem Film-Noir-Genre. Wir sehen erst einmal diese Lichtstimmung, diesen klaren, abgegrenzten Schatten, wie wir das aus dem Film-Noir kennen. Aber auch dieser Detective, der hat so lässig die Füße auf dem Schreibtisch. Aber wenn wir genau hinschauen, es ist eher ein Westentaschen-Humphrey Bogart. Zudem ist dieser Detective ja auch der potenzielle Schwiegervater von Jeffrey und damit würde ein sehr heikles Verhältnis beginnen. Ohnehin ist es problematisch dann mit dem Schwiegervater und der Sexualität der Tochter. Jeffrey muss also weitersuchen und er findet eine dritte Vaterfigur. Es ist ein psychopathischer Gangster. Es ist Frank und er ist aber zugleich auch der herrische Übervater, der Urvater, der mit einer unglaublichen, unberechenbaren Grausamkeit regiert, dem man nicht einfach sich so unterwerfen kann und dann ist alles gut, sondern man weiß nie, was als nächstes kommt. Verkörpert wird durch ihn zugleich die gewaltsame Seite des Begehrens. Jeffrey sieht hier aber auch in ihm seine eigenen Perversionen, seine eigenen Ängste. Und er verwirft diese Perversion dadurch, dass er Frank tötet. Der Vatermord, kann man sagen, macht Jeffrey ein bisschen frei, um dann auf Sandy zuzugehen. Sandy wartet schon auf ihn und damit wird er, wird Jeffrey auch Teil aber der herrschenden Ordnung. Und wir können uns fragen, sehen wir dann überhaupt ein Happy End? In seinem Aufsatz Das Unheimliche, da geht Freud der Frage nach, wie das Unheimliche zu definieren ist. Es ist nicht das total andere, sagen wir irgendein Fabelwesen aus einem Märchen, vor dem wir Angst haben. Das Unheimliche, sagt Freud, ist etwas Wiederkehrendes, Verdrängtes. Und weiter heißt es dann in seinem Aufsatz, wenn dies wirklich die geheime Natur des Unheimlichen ist, so verstehen wir, dass der Sprachgebrauch, das Heimliche in seinen Gegensatz, das Unheimliche übergehen lässt. Denn dies Unheimliche ist wirklich nichts Neues oder Fremdes, sondern etwas dem Seelenleben von Alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozess der Verdrängung entfremdet worden ist. Das heißt, es war eigentlich schon da, dieses Unheimliche, beziehungsweise es war präsent und wurde dann verdrängt und kehrt jetzt wieder, wie eben das auch dann das große Thema dieses Films ist. Lynch arbeitet mit dieser Idee den gesamten Film hindurch. Er zeigt uns das Bekannte, ja das Heimelige, Kleinstadt-Idyll und so weiter, als das Unheimliche. Das beginnt mit dem Tulpenbeet. Gewürm und Ungeziefer sehen wir da. Ja, auch das ist eben die Natur, was wir gern verdrängen. Wir verdrängen gern die biologische Seite der Natur, wie wir auch das biologische in unserem Körper verdrängen, gerade dann, wenn wir sexuell begehren. Eigentlich ist der Körper ja etwas ganz Widerwärtiges, wenn man nur einmal daran denkt, wie viele Bakterien wir in unserem Körper haben und das ohne Bakterien dieser Körper gar nicht existieren könnte. Dann haben wir das Bekannte, das dann unheimlich wird, eben auch auf der Ebene der Musik. Da gibt es diese titelgebende Schnulze Blue Velvet. Das ist ein Lied, das wir erst einmal als harmlos wahrnehmen, aber hier in diesem Kontext wird es das Lied eines Fetischisten. Und tatsächlich heißt es ja in dem Lied, ich kann den Samt noch immer sehen durch meine Tränen. Die Geliebte in dem Lied ist verschwunden, es bleibt das Fetischobjekt. Oder dann auch bei Roy Orbansons In Dreams haben wir hier keinen harmlosen Schlager, sondern wir haben eigentlich eine durch Kitsch artikulierte Obsession. Lynch macht das Prinzip transparent. Er demonstriert auch, wie er selbst so verfährt in seinem Film. Er zeigt, wie er arbeitet. Nämlich, es ist ja so, dass Jeffrey zum ersten Mal in Dorisys Apartment ist, wenn er dort als Kammerjäger auftritt, um sich den Ersatzschlüssel zu stibitzen. Wir sehen das Apartment von Dorisy da tagsüber. Es ist ein bisschen heruntergekommen. Es ist ein ganz profaner Ort. Nichts ist besonders daran. Wenn wir aber nachts wieder dorthin zurückkehren, da hat sich die Lichtstimmung geändert, sonst aber nichts. Alle Objekte stehen noch am selben Ort. Aber jetzt haben all diese Objekte etwas Abgründiges. Es ist jetzt nun wirklich eine Lust- und Lasterhöhle, obwohl sich nichts geändert hat. Dinge in einem anderen Licht zu zeigen, darum geht es Lynch. Und darum geht es ihm dann auch ganz am Ende, wenn das Rotkehlchen eine Kitschfantasie von Sandy auftaucht. Aber dieses hübsche Rotkehlchen, das hat ein Insekt im Maul. Ja, jedes Idyll ist barbarisch. Wie dann auch das, was wir nicht mehr sehen, das anschließende Barbecue mit Jeffreys Familie und Sandys Familie, wie die in Anführungszeichen Wilden am Feuer, wird jetzt der Frauentausch vollzogen. Das Leben, will uns David Lynch sagen, ist wirklich obszön. Und oft, oft, da schauen wir nur, aber sehen nicht.